hallo herzlich willkommen zu einer weiteren folge in fortnight mein name ist gubana wir spielen ihn brutal mit anderen zusammen schnell spielen hatte ich angehakt wenn ihr es nicht gesehen habt und wir schauen mal und den stadt lackiere hatte ich doch gerade erst maffett auch spiele ich jetzt nur noch mit denen zusammen na gut ist ja nett also sturm schild ja das spiele ich gerne mit bei einem sturm schild bin ich immer gerne dabei das gibt mini lamas und ich habe ich schon wieder um die 30 im übrigen mini lamas also ich es ist jetzt so ein woher müssen wir denn hin holla die waldfäste sage mal keine fallentunnel also munition oder okay doch mit mit Das war's für heute. So, also wir spielen hier schon mal nicht schlecht. Wir sind gerade standen doch vier Leute da. Ach, das ist, glaube ich, dieser selten dämliche Bug, dass man die vorherigen Spiele angezeigt kriegt. Dieser selten dämliche Bug, dass man die anderen Spiele angezeigt kriegt, mit denen man angeblich... Westen? Äh, welches... Ach, der Verstecker hat angegriffen. Ähm, dass man Spiele angezeigt kriegt, mit denen man zuletzt gekämpft hat und in Wirklichkeit, ähm, ja, na, ihr wisst schon. Ihr kennt den Bug. Ich gehe davon aus, ihr kennt den. Ich mache mal ein bisschen Munition für die Waffe. Die ist so noch ganz fit. Das ist die Verteidigung von Level 2, was jetzt nun wirklich, ähm, äh, ja, äh, recht easy und recht einfach ist. Man sollte genau da reintreffen. Dann geht das auch mit, äh... Oh, Hund, dann leg dich hier hoch. Also, ich spreche gerade mit meinem Hund, ne? Ich... Mit Hund spreche ich euch nicht an, ne? Also, nur falls ihr denkt, ähm, ich würde zu euch Hund sagen. Nein, nein, nein. Aber er hat, ähm, sich gerade überlegt, wo er hin will. Also, Wunde leben ist echt super. Ich kann es euch immer wieder nur erzählen. Was ist einer runtergekommen? Wollen wir den mal? So, erledigt. Und nachladen. Das ist der Nachteil der Waffe, im Übrigen, äh, die hat extrem lange Nachladen. Aber wenn sie dann mal nachgeladen ist, hat sie einfach auch verdammt viele Schüsse. Und sie macht einen ordentlichen, äh, SPS. Also, von daher, ich bin mit der eigentlich gar nicht so unzufrieden. Ich kenne viele Leute, die sagen, oh, was ist das denn für eine Waffe? Warum schwingt sie mit der? Oh, 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 oh. Ich bin jetzt gerade hier ein bisschen durcheinander geraten. Ich wollte lauter labern. Sorry an denjenigen, die sind stumpf, die wir hier verteidigen. Ich wollte eigentlich nicht so viel labern. Sondern tatsächlich auch mitspielen. Aber der hört sich ja gar nicht. Natürlich habe ich möglicherweise den Schmachschild aus. Wenn ich aufnehme. Das dürfte sich eigentlich verstehen von selbst. Und ich kann auch immer wieder nur sagen. Ja, ich habe ihn meistens aus. Denn, ah, ich nehme viel aus. So, wo ist denn? Wo ist denn die Schmachschild? So, gehen wir hier absetzen. Wo ist denn da? Da hinten sind sie. So, die haben wir auch weg. Also, nach wie vor läuft zur Zeit dieser Aufnahme das Halloween-Event. Ich vermute, wenn das Ding hier, also dieses Video hier live geht in YouTube. Also, dass mich die Glopper direkt angreift, passiert ja echt selten, ne? So, das ist das Ding hier. Ich bin sehr froh, dass dieses Spawnpunkt für mich mittlerweile erledigt ist, weil ich den Verstärker hier drauf gehen habe. Und wieder war der Chat offen, habt ihr es gesehen? Also für die, die meine Videos in den letzten Tagen nicht verfolgt haben. Und vor allem, falls Epic Games zuguckt. Dieser Chat ist so ein Müll. Also er kommt drüber und dann geht das Ding sofort auf. Was soll das? Wieso? Wieso kann ich nicht einfach, so wie vorher auch, Enter drücken und dann kann ich chatten? Wieso muss das jetzt plötzlich mit dieser... Ah, okay. Äh, Sturmschild, brutal. Ähm, was war das? SV2, ne? Jo, ähm, easy peasy. Und dann dürfte er auf jeden Fall eine Vierer-Trube geben, so wie es... Der hat vorher gebaut und hat vorher... Ah, schade. Ähm, ja. Hätte vielleicht auch eine Fünfer werden können, wenn ich noch ein paar Fallen gemacht hätte oder so. Ja, dann machen wir mal. Ähm, logischerweise gibt es Mini-Lamas. Ähm, schätzungsweise... Banner ist es... Ups, Entschuldigung. Banner ist... Maximal drei, denke ich. Nein, vier. Okay. Und noch ordentlich Helden-EP. Tja, das war's, die SSV. Mir hat Spaß gemacht, ich hoffe euch auch, denn es gab vier Mini-Lamas für mich. Also, das ist schon mal Spaß. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, euer Kubaner. Ciao.